Möchten Sie gesund und nachhaltig abnehmen? Mit meinen Tipps können Sie Ihr persönliches Ziel sicher, gesund und nachhaltig erreichen. Essen Sie vormittags und oder nachmittags eine Handvoll Obst und vor allem über den ganzen Tag verteilt Gemüse statt Getreide. Essen Sie hauptsächlich natürliche Lebensmittel und reduzieren Sie industriellen Zucker. Halten Sie sich beim Essen an die 80%-Regel. Das heißt, essen Sie nur so viel, bis Sie zu 80% satt sind. Wichtig ist dabei, vor allem langsam zu essen. Versuchen Sie, fünf oder sechs kleinere Mahlzeiten am Tag statt drei großen zu sich zu nehmen und gönnen Sie sich ganz vereinzelt auch mal etwas Gutes bzw. etwas, worauf Sie Lust haben. Vor dem Essen lohnt es sich häufig, gerade wenn Sie gestresst sind, eine ein- bis zweiminütige Atementspannungsübung zu machen, um das vegetative Nervensystem herunterzufahren. Und zu guter Letzt trinken Sie täglich zwei bis drei Liter Wasser statt süßer Getränke. Reduzieren Sie deshalb auch Saftschollen so gut es geht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Umsetzen meiner Wenn Sie mehr zu diesem oder weiteren Themen erfahren möchten, besuchen Sie gerne meine Homepage. Ich freue mich, Ihnen helfen zu können.